Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen MMO-Shooter namens Firefall. Das ist ein Shooter-Open-World, alles so, wie man es halt noch nicht kennt. Ist noch in der Beta, in der Public-Beta, also geschlossen. Es gibt fünf verschiedene Klassen. Weibkrantenwiderspruch, aber egal. Nein, gar nicht. So, kann es erscheinen zwischen weiblich und männlich. Es gibt fünf Klassen, den Stürmer, so Berserker-mäßig durchlaufen, Els Zerschießen, kennt man ja von anderen Spielen. Den Biotech, das ist der Sunny, den Aufklärer. Ich unterbreche zwar nur ungern, aber aus welchen Spielen kennst du das bitte? Aus ganz vielen. Der Aufklärer ist der Sniper. Nein, Frage, wirklich, Frage. Das gibt es eigentlich nicht. Battlefield, genau. Ja, bei Battlefield gibt es ja für keine Klasse, das macht man und jeder Klasse. Also ich jedenfalls und dann sterbe ich immer, aber, ähm, nicht jetzt mal ehrlich. Hm, bei anderen MMO-Spielen, was weiß ich. Ach, es ist doch egal. Es gibt einen Ingenieur, der kann noch Geschütztürme aufstellen und kann Ingenieur-mäßig halt handeln. Und den Dreadnought, der ist so, hier wie man schon sieht, mit einer fetten Gatling gewaffnet und kann ja alles zerstören. So. Hörst mich nicht denn jetzt. Achso, ne. Ich wollte ja hier den, unseren Stürmer nehmen. Hier nochmal für Leute, die das unbedingt sehen wollen. Da. Einmal ein Einblick in MMO-Spiele. So, jetzt geht's aber auch weiter. So, dann machen wir mal unseren Charakter hier fertig. Und mal schwarzen. Nee. So, Gesicht. Ja, ihr müsst jetzt hier schon mehrmals starten, weil's da ein paar Probleme gab. Was kriegen wir jetzt hin? Ah ja, so ein Baden natürlich. Nee, 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 nee. So, dann geht's jetzt los. Seid ihr schon gejoint? Nein, ich würde jetzt auf Spielen klicken. Gut, dann geht's los. Erstmal Sequenz gucken und dann sehen wir weiter. Red 5 Studios. Achso, hier, ähm, mit dabei sind Jan und Till, weil sie es vergessen habe zu erwähnen. Ja, hab ich. Kennt aber bestimmt schon was anderen. Jetzt viel Spaß beim Klip. Jetzt viel Spaß beim Klip. Wir sind prämpft für Space Fold. Initiate on Admiral's Mark. Initiating Space Fold on Admiral Nostromo's Mark. 3, 2, 1, Mark. Marklight, this is a court control. Do you copy? Marklight, are you there? Marklight, Marklight, do you copy? This is Nostromo. The jump failed. We're still in Earth orbit, but lose... Ach, das ist doch so kein Arsch, das ist nur Englisch. Bleh. So, dieses Schiff hat wohl einen Hyperrumsprung nicht geschafft und wir haben jetzt einen Absturz auf diesem Planeten hier gemacht. So, wir sind die Überlebenden und wir bekämpfen das Böse. Wie in jedem Spiel, was wirklich so ist. Man bekämpft immer das Böse. So, wir sind in Copacabana, dem Korallenwald, auf Neu Eden. Wir haben ein Raumschiff. Das Geilste ist ja, wir haben Raumschiff und leben immer noch in Strohhütten. Das ist Urlaub. Aha, stimmt. So, dann fügen wir dich schon mal hinzu zur Freundesliste. So, nehmen wir an. So, und zwar. Hat jetzt ja schon ein paar Mal nicht funktioniert. Till, du sitzt da, ne? Ach, ihr seid beide da? Ja. Mal gucken. Nein, ich noch nicht. Da ist ein Käfer. Da ist ein Käfer in deinem Raumschiff. Naja, egal. Du bist da, ne, Till? Das Shared Intelligence Network ist hier größer, weil es immer noch auszutäen ist. So, dann komm mal her. Wo bist du denn? Da bist du ja. So. Ich kann mir den Namen nicht merken. Das wird zu kompliziert. Ja, das ist cool. Oh, cool. Na, ich weiß jetzt auch, wie es so geht. Ihr könnt mir hinterher joinen. Das habe ich jetzt gerade rausgefunden. Oh, Till. Werde mal stehen. So. Da stehe. Mira Lissa. So, jetzt nimm mal an. Dann öffne ich meine Gruppe. Was angenommen? Äh, ach nee, warte, so rum warst du. Du musst ein Freund, nicht keinen Freund angeben. Ja, nicht mehr. So, dann join meine Gruppe. Und dann geht's los. Wie gesagt, das gab jetzt eben schon mal ein paar Probleme, deswegen. Aber wir haben noch nicht weit gespielt, keine Sorge. Wir haben jetzt nicht alles schon. Also, geht mal davon aus, dass wir blind spielen. Was wir auch eigentlich tun. Oh, ich finde diese Jetfix toll. Ich glaube, das ist der ersten Open World Shooter, oder? Ja. Online Open World. Ja. Ich häng gerade in der Wand fest. So, dann machen wir das mal. Das war's, wir sind drin. Ähm, nun um die Karte zu öffnen. Verkehr aus diesem Gebiet sehen und Nachrichten in Copacabana empfangen. Copacabana. Was können wir das jetzt machen? Also, ich, ich freue mich ja schon. Wir werden da ein paar Stunden haben. Ja. Ich mache eben hier noch ein bisschen den Sound leiser. Spieleinstellung, ne, Audio oder Amazon. Oh, da sieht man, dass die Synchro nicht ganz gut ist. Wir hören hier gerade noch was auf Englisch. So, in die Battleframe-Werkstatt. Und da hat Jan letztes Mal verkackt. So, wir gehen auf einen neuen Battleframe. Und kaufen uns einen neuen Battleframe. Was kaufen wir uns denn mal? Äh, wie wär's irgendwie mit Stürmerframe? Hier, nehmen wir doch gleich mal. Pack mal den. Ja, du bist doch ein Stürmer. Ja. Deswegen nehm ich den auch. Dann darfst du den nicht kaufen. Warum nicht? Bist du doch schon ich. Das hab ich eben auch gemacht. Und dann hast du den gleich nochmal. Ja, ist doch okay. Ne, eben nicht. Okay, dann nehm ich. Ne, okay, mach wie du meinst. Ich nehm den Engineer. Dann nehm ich auch, ich glaub ich nehm auch einen Engineer. So. Ingenieur, so. Kaufen wir. Synchronisiere mit Sinn. Ich, synchronisiert mit Sinn. So. Ja. So, Zielvorgabe reicht. So, jetzt wissen wir nicht, wo es weitergeht. Weiter haben wir nicht gespielt. Kaufmodifizieren und rüste einen neuen Battlefam aus. Achso, jetzt müssen wir hier noch. Hier haben wir das, glaube ich. Oh, hin müssen wir jetzt ein neues Ich. Defektion. Oder? Was hier? Ne, da nicht. Wir können das ausrüsten. So, einfach draufgehen und dann da raus aus dem Teil. Und dann? Dann. Achso, lol. Man kann's jetzt immer zwischen Topmen und Teil wechseln. Wie? Hier unten. Jungs, hier unten. Wo ich stehe. Wo stehst du denn? Oh, toll. Bei mir hat das schon wieder nicht funktioniert. Bei mir auch nicht. Wo stehst du denn, Jan? Bei mir stand da irgendwas von... Äh... Jetzt hab ich kein Geld mehr. Und eben hat er mir gesagt, äh... Das ich... Und... Ja, bestimmt. Du musstest auch ausrüsten, ne? Modifizieren oder so stand da. Ja, ausrüsten könnt ihr hier. Ausrüsten könnt ihr hier. Dann weiß ich. Ja, aber ich hab das noch gar nicht gekauft, Jan. Bei mir ist schon wieder dieser Fehler. Bei mir hat er dann gesagt, ich bin nicht hier, äh, gelockt, ungemeldet. Ja, wo denn Jan? Was ist die das nicht? Neu ist du? Wo ist... Ich hab doch gesagt, hier unten. Achso, das ist ja T. Uh... Ach, hier. Wieso guck, dann drückst du E? E-drück, drückst du das E? Und dann drück kannst du ausbuchen, was du willst. Oh, ich seh dich jetzt hier nicht. Ich guck jetzt auf der Web. Wie du siehst mich nicht? Willst du mich verarschen? So. Komm her. Komm, siehst du? Da. Da. Guck. Guckst du mich? Ah, wo bist du? Nee, ich bin nicht. Ich bin hinterher. Und das ist mein... Doch, da. Ja, Niki, du musst mir noch... immer in die Gruppe einladen. Oh, nee, da mussten wir hin. Gehst du hier ran, drückst du E und dann fertig. Aber Jan, ich muss wieder einen neuen Charakter erstellen. Nein, 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 du musst hier den Wechsel noch. Dann ist das fertig. Ja, aber mir hat da gerade gesagt, ich hab keinen Battleframe und ich kann mir jetzt keinen kaufen, weil ich kein Geld dafür mehr hab. Oh, kein Problem. Dann... Ist scheiße, ne? Ja, ich mach mal ganz schnell einen neuen. Du weißt ja, wie ich den herstellen kann. Klingt ja schon gebacken. So. Dann machen wir gleich mal weiter. Ah, nein, nein, da. Neu ist Du Terminal. Da muss man hin. Ups. Ach, komm. Aber ich bleib jetzt erstmal mediatypisch. Das wäre das wahrscheinlich auch am besten. So. Neu ist Du. Was soll man machen? Nutze den Molekular-Sinter, um Gesundheitspacks und Munition für spätere Sonsherz herzustellen. Was muss ich machen? Interagiere mit dem Terminal, sonst was. Wo ist denn das? Ach, ne, da hinten. Molekular-Sinter. Wo bist Du denn? Hier. So. Was gibt's denn hier? Laden. Was haben wir? Ähm. Gibt's was Bestimmtes? Gesundheitspack. Kaufmannszimmer hier. Irgendwie was. Irgendwie was Muni-mäßiges. Gibt's hier nicht? Einfacher Scanner-Hummer. Auch mal geil. Einfacher Scanner-Hummer? Ne, kann ich nicht kaufen. Ne, du kannst nur das kaufen, was Grünes. Basis-MPU? Was denn das? Niki? Ja? Jetzt, ich hab den Freundschaftsanschlag geschickt, jetzt musst du nochmal machen. Den müssen wir nicht. Ich hab keiner gekriegt. Na, warte, vielleicht bin ich noch nicht richtig gelandet. Gut, dann mach's gleich. Ähm. So, was soll man denn jetzt machen? Bau den Bündel kleiner Gesundheitspacks. Was brauch ich denn dafür? Bündel kleiner Gesundheitspacks. Drückst du drauf, Jan? Und dann bauen. Jan? Was? Hast du das auch etwas richtiger gekauft? Ich hab noch gar nicht gekauft. Du musst für eine kleine Gesundheitspacks kaufen. So. Ähm, wie heißt du denn? Dann lad mich, äh, frag mich mal. Wir gleich schweben. So, mhm. Und dann? Achso. Ach, das ist so ein Bauteil. So, exit. Jetzt muss manufaktoren ein paar Ammo-Packs. Ich dachte, man kann das nur machen, wie es das Grün ist, aber das war ja, äh, süße. Ja, okay, siehst du mich nicht. So, jetzt müssen wir ein Bündel Munition. Munitionspacks, das war ein gutes Deutsch. Kommen wir auch. So, Tee, gejoint. Ja. Dann frag mich mal an. Habe ich schon zweimal. Habe ich es gerecht. Habe ich dich mal an. Wie heißt du noch mal? Mira, Mira, Lissa. Mira, Lissa. So, du bist online. So, und jetzt muss man nämlich hier auf. Dann gehen wir darauf. Dann gehen wir auf Gruppeneinladung. Bist du dran? Ne, du bist noch nicht dran. Oh, wir sind nur kreisend und drehen uns um und fliegen. Ich habe noch keine bekommen. Nicht? Ernehm. So, haben wir gekriegt. Man sieht schon, es ist wirklich noch in der Beta. Man kriegt hier nix wirklich auf die Reihe. Jetzt? Jetzt habe ich dir eine geschickt. Nö, ich habe keine gekriegt. Jan, schick du ihm eine Anfrage. Dann machen wir eine kleine Unterbrechung. Und dann, wenn wir das technische Problem gelöst haben, geht es dann auch gleich weiter. So, wir haben das Problem behoben. Und jetzt hat er auch gleich aufgeholt. Und jetzt geht es hier weiter. Was ist denn das? Das ist richtig geil. Oh, oh. Ich sehe, wie kann ich der Flieger? Du musst einfach mit dem Haus steuern. Ich habe einen Schrauch. Achso, mit vier kannst du jetzt deine Tele-San. So, dann kann man das ja auch wieder. Ja, so kann man das wechseln. Da habe ich nur das Munitions-Spec ausgerüstet, nicht das. Ups, Heilungs-Spec. Ja, ja, das musst du mit vier wechseln. Wechselst du erst durch. So, Scannen nach Rohstoffen für den Thumpaer, um sie einzusammeln. Ja, und wie fände ich das jetzt? Wechsel ich es ja nur. Ah, ich scanne aber habe ich. Wir aktivieren den. Ja, das freue ich mich auch gerade. Mit E oder so. Ne, dann wechsle ich die Waffe. Also, was hast du denn da gemacht? Äh, T-Fill. Warte mal, vielleicht müssen wir ja irgendwo rangehen hier. So, ähm, also, ich gucke mal eben hier in den Optionen. Also, wie man jetzt hier wahrscheinlich schon merkt, sind wir noch ziemlich neu in diesem Spiel. Äh, wenn ich jetzt mal nachher, ich wollte ja mal eben gucken. So, Optionen. Tastenbelegung. So, Interface ist es nicht. Soziales Kampfbewegung. Ähm, Kampffähigkeit. Vier aktivieren. Alter, ist ja noch... Äh, vier ist es. Schalte ich aber durch. Ne, interagieren. Ne, Waffenwechsel. Nächste Fähigkeit auswählen. Vorheriger. So, mit Z macht man das. BAM. Wow. Ne, ich nicht. Doch, mit Z. Gedrückt halt dann. BAM. So. Ja, und jetzt? Vorterein Tumpa an und beschütze ihn. Der Tumpe muss dann... Ne. Ich nicht. Wie? Ich kann das nicht mit Z machen. Ne, ne, ne. Ne, äh, du musst erst einmal... Du musst das ausgewählt haben. Du musst mein... mein Mausrad drehen. So, wie soll ich das da jetzt... Was soll ich da jetzt hinsetzen? Ach, hier ist der Sampa. So, dann wieder mit Z. Platzieren. Ups, äh, Entschuldigung. Ich hab nichts gemacht. Du musst da weggehen. Don't cross. Oh, scheiße. Ja, 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 ja. Jetzt hab ich meine Fähigkeit eingesetzt. Oh. So, jetzt kommen ja wahrscheinlich Feinde. Rettet dich auf ein Kampf vor. Drück mal eh, Niki, das ist dein Tumpe. Kann ich nicht mehr. Hoch. Ja, und Tschüss dann, ne? Bis zum nächsten Mal. Hey, wir fahren das hier. Ich hab's nicht verstanden. Achso, du hast ihn zu früh zu losgeschickt. Warte, jetzt bin ich dran. Danger, 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 danger. Danger, danger. Ja, wir sind hier sehr organisiert. Sieht man ja. Oh, hinter mir ist ein Viech. Verpiss dich. Kapps. So, jetzt müssen wir warten. Jetzt müssen wir warten. Bei 10% erst. So. Zustand, Kapazität. Harte mal, ja. Kann ich meinen auch noch setzen? Ne, ich muss meinen auch setzen. Jan, du musst deinen auch setzen. Was? Dein Sampa. Womit geht das jetzt? Ah, Picha, komm, helf mir. Jan, du musst mal mit 4 nochmal diesen Sampa auswählen. Du musst ihn da auch hinsetzen. Ne, ne, da ist noch extra so ein Sampa. Das würde voll teamübergreifend sein. Ne, ich bezweifelt. Picha! Ja, nur nicht mehr. Gibt es einen Nahkampfangriff? Ach, der ist schon tot. Ja, so an sich ist schon ganz geil. Das ist ja schon anspruchsvoll. Ja. Ach, ach, da war die Fliegen. 11%-Upbeat noch, was? Kapazität. Ich hatte das 14% erst. Hier, warte mal. Ich nehme jetzt hier auch mal meinen... Ach, mein Sampa. Ich muss... Jan, du musst den da auch hinstellen. Glaube ich nicht. Glaube ich schon. Ich glaube, das ist... Nein. Wir werden es ja jetzt... Wo ist ein kleiner Arbeiter? Ich kriege die Erfahrung gar nicht. Wie viel Erfahrung habt ihr? Äh, 100... 700... Okay, dach, dann ist das übergreifend. So, ich bin 790. Da kommt wieder einer! Hoch! Ich bin voll weggefetzt. Los! Loll! Wieso bin ich auch mal hochgeflogen? Ja, das war bei mir auch gerade so. Ja, irgendwie, wenn man nachher geht, schickt man hoch. Das welchen Wölz ist nicht schön hoch. Oh Mann, ich setze das nicht mal aus Versehen ein. Loll, schon wieder! Nee, das ist wegen dem Fisch da! Wo ist da denn ein Fisch? Ich hab meinen Sampa hier noch. Ach so, jetzt. Loll, schick's wieder weg! So. So, 56%. Ah! Hier war doch irgendwo gerade was. Mein Gott, das ist hier echt unübersichtlich. Mission abgeschlossen. Ich auch. Tschüss! Okay, jetzt wo du ausgerüstest, mache dich auf der Suche nach der Feldmission, schließe sie ab. Öffne die Karte. Äh? Ja, dann öffnen wir mal die Karte, ne? Suche nach Feldmission. Wollen wir sie denn? Ja, Bro, denk mal da ran, was du tust doch. Danger? Was? Jan, hast du gerade was angesetzt? Nein. Das war der andere Typ. Der Sefra. Dann lass uns mal zu... Ja, wo wollen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Erstmal nach oben und die Munition holen, würde ich sagen. Munition kannst du dir auch jetzt selber holen. Hast du, du hast hier so ein Paket, aber brauchst du jetzt auch noch nicht unbedingt. Ich guck's. Ja, okay, das stimmt. Okay, wohin? Ähm. So, die Aufgabe ist... Ares Team in Aktion. Ein dynamisches Event sollen wir abschließen. Ja, dann lass uns mal... Ne, das ist noch ein bisschen zu mies hier. Zerklüfte Küste. Gruppenwegpunkt festsetzen. So, jetzt sieht ihr das auch da hinten. Ne? Okay, da hin. Auf, auf! Los, mein Gefolge. Folgt mir. Nein, ey, mein Jetpack ist einfach zu schlecht. Ja, vielleicht können wir das später nochmal aufwerten. Das wäre eigentlich ganz cool. Vielleicht gibt's hier nachher so... Ich glaube, wir werden verfolgt, ne? Oh, da soll ja uns doch hinterherlaufen. Ach, und, wie ist denn der Sniper so? Die Sniper... Zwei Schuss sind... Zwei Schuss unaufgeladen, ne? Wollte ich dazu sagen. Oh, da ist wer! Happen. Ja. Einfach. Gott, ich gehe weiter nach hinten. Gut, wir müssen erst mal hingehen und das mal annehmen. Mission oder so. Ich weiß nicht genau, was das jetzt macht. Ihr könnt euch auch ducken, ne? Aber ich weiß nicht, ob das so reicht. Ja, ich glaube ja nicht. Wie, hier ist wieder sowas so... Power-Teil. Was bringt denn das? Das ist mir jetzt auch vorbeigeflogen. Flamm-Tower. Okay, hier oben sind Viecher. Ich komme. Kann man irgendwie auch Nahkampf machen? Nee, ich bin zurzeit noch nicht. Zurzeit habe ich nichts gesehen. Oh, auf den Kopf schießen bringt doch ein bisschen mehr. Noch noch was. Oh, das ist Gesundheit, ne? Wenn der braucht. So. Jetzt müssen wir es ja irgendwie aktivieren hier mit E oder wie auch so. Kannst du doch. So funktioniert ja geil. Halt mich runter. So, falls das Spiel auch mal wer spielen will. Ich habe noch ein paar Keys zu vergeben. Einladung. Also wer das gerne mit noch möchte. Schreibt einfach was in die Kommentare rein. Oder so. Der sollte mein Abonnent sein. Sollte was in die Kommentare geschrieben sein. Und einen Daumen nach oben gegeben haben. So. Jetzt. Oh, das hat gerade geleuchtet. Klingt aber an nichts. Warte mal. Ist das auch ein dynamisches Event? Eine Feldmission. Ich habe keine Ahnung, was das ist hier. Das kriegen wir hier super hin, ne? Hä? Das ist ja... Das ist ja irgendwo... Cool. So. Ich muss hier hinten hin. Punkt geben. Das ist mal was anderes. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das ist ja auch alles ein bisschen doof beschrieben. Ist noch ein bisschen einfach. Ihr könnt da rüberfliegen. Nein, ich habe es euch geschafft, da hoch. Oh. Wartet auf mich. Hä? Ich fliege jetzt schon mal vor. Du kannst nachkommen. So. Und dann... Oh, der Geteilung. Guck mal. Nein, 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 nein. Ihr müsst immer euren Flug noch mit dem Jetpack abbremsen, wenn er so weit nach unten fliegt. Weil man kriegt Fallschaden. Ich habe es vorhin ausprobiert und es tut weh. Oh, guck mal hier. Laguna Beach. Ja, wartet doch mal hier. Unfall LBF. Lass uns mal da hin. Warte. Hä? Jetzt ist doch wieder weg. Hey, guck mal. Ist das auch gerade bei dir erschienen? Dies ist Unfall LBF. Nein. Ich will mal gucken, was das ist. Das habe ich vorhin schon die ganze Zeit gesehen. Oh. Wie, das war alles? Ah. Datenwurm. Könnte sein, dass das hier... Oh, hier, komm mal hierher. Verteidigen, zwei Minuten. Ey, du Arsch, verpiss dich. Bandit. Oh, du bist doch kein Bandit. Du siehst aus wie... Und ich brauche Hilfe. Der hat eine Shotgun, Idiot. Geh weg. Du hast hier nichts zu suchen. Ähm, könnt ihr mir mal helfen? Ich soll noch mal anrufen hier. Nimm mal die. Ja, schon geiler. Ich bin nicht bei diesem Event da. Was ich markiert habe. Ja, wir sind da nämlich... Ja, dann guck mal hierher. Das ist hier gerade echt kritisch. Ich habe aber keine Ahnung, wo du bist. Guck doch auf die Karte. Ich sehe dich nicht auf der Karte. Bruder, ist das wohl so speziell für mich. Ihr müsst eh mal auf den Kopf schießen. Doch, das ist der Druck, das ist ja, glaube ich. Jan mitkommt. Ich glaube, das ist noch eine Nummer zu groß für mich. Ach, da hinten. Und zwar etwas schneller, wenn es geht. Ich bin nämlich tot. So gut wie... Jan, kannst du mich heilen? Ja, warte. Dankeschön. Uh, das war Rettung in letzter Sekunde. So, habt ihr auch dieses Teil da stehen? Oh, hinten, da kommen wieder welche. Ja. Steht auch so ein Auto bei euch? So ein Motorrad? Oh, da ist das bei euch nicht da. Doch, das ist doch. Doch, doch. Nur ich habe unnormal wenig Leben. So, noch 25 Sekunden verteidigen. Wir haben es geschafft. Woran siehst du das? Ach, 20 da oben. Ich habe, glaube ich, gerade welche Spawnen. Achso. Die lassen auch öfter mal Gesundheit oder Munition rein. Da kommen welche. Oh, okay. Oh, nochmal hier die letzte. Das sind nochmal die Nachruf. Mission abklassen. Erfolgreich. Und diese Kristalle ist irgendwie das Geld. Also ich habe die Mission abgeschossen. Ja, ich auch. So, da hinten ist nochmal... Ich brauche nur Muni. Ich brauche nur Leben. Ja. Geil. Gut, jetzt aber zum Gruppenwegpunkt. Oder? Da waren wir schon. Und was war da? Ja, na, nichts. Ja, guck mal auf die Karte. Und dann such mal nach einem dynamischen Event. Da steht nämlich nichts. Hey, ich habe die Mission gerade abgeschlossen. Ich habe keine Quests mehr. Ein bisschen seltsam alles. Ich glaube, sie zerkliftet die Küste, oder? Da müssen wir hin. Warte mal. Da waren wir doch gerade. Gibt es doch nicht. Ich habe da jetzt einen Wegpunkt hingesetzt. Ja, ich für mich auch. Okay, dann wieder ab da hin. Achso, hier ist es. Es spielt noch ein bisschen. Ja, es ist die hier irgendwie. Da oben ist so ein Flugding. Wo? Oh, da. Komm hier hoch, komm hier hoch. Und ich schaffe das hoch. Wie muss ich das denn jetzt spielen? Einfach drauf gehen, dann kannst du mit der Maus einfach so... Aber ich kann ja nicht lange fliegen. Ja, wenn du wieder runter fliegst, kriegst du noch mal ein bisschen. Kleine Schubser. Wir haben aber auch Riesentreter. Muss man die Schuhe angucken. Auch Quadratlatschen. Bist du denn so schnell erst da hinten gekommen, bitte? Nein, ich schaffe das da nicht hoch. Nee? Nein. Ich bin auch nicht fertig mit dir. Nee. Und, stirb, stirb, stirb. So, ich bin jetzt hier rum. Ich auch. Fuck, ich bin runtergefallen. Jetzt hat mir nichts gebracht. Wir müssen uns ein bisschen warten. Wir müssen auch ein paar Meter laufen. Da. Kleines Munitions-Power-App. Ja, scheiße. Was machen wir jetzt? Wachtturm-Sentauri-Vorstoß. Äh. Da kommt ein Vieh. Ja, ich war ja gerade auf der Map. Keine Ahnung, wo ist es denn? Hier kannst du auch nichts machen. Loil. Fuck. Nein, so gut wie. Aber wir haben ja noch den Battleframe, Fuzzi. Aua. Hä? Wie bin ich denn da runtergefallen? Ich frage es, wie bist du da reingekommen? Oh, es gibt hier PVG. Aber hier. Nee, das wollten wir aber nicht. Habt ihr die Mission überhaupt noch? Nee. Jan? Sani? Ich hab die Mission nämlich auch nicht mehr. Jan? Jetzt bist du vorbeigelaufen. Jan, hast du die Mission noch? Ich hab ja keine Mission. Hab ich doch gesagt. Ja, was machen wir denn hier noch? Also ich glaube, wir sind mit der Mission fertig. Ich glaube, dann lass uns mal zurück in die Stadt gehen. Vielleicht gibt's da ja irgendwas. Jetzt wird das ja angezeigt werden. Alter, das Spiel ist echt noch... Oh, einer der Wachtturmen, da gehen wir dann. Wir sollten ja das Akkord... Okay, ah, hier ist Heilung, Jan. Hier ist eine Aufgabe. Lass uns dann mal dahin gehen. Hier war grad wieder so ein abgestürztes Stück Müll. So. Krumm Wegpunkt. Dürft euch jetzt auch angucken. Oh, hab ich den gar nicht gesehen. So, jetzt kommt wahrscheinlich wieder so eine Drohne runtergeflogen. Das ist meine Mission. So, hier könnt ihr euch ganz schnell wieder verpissen. Gut. Kommt raus. Ich verstehe. Ich verstehe das. Nee, wir brauchen es jetzt noch nicht. Normalerweise ist es immer so. Hier, mach da ein bisschen, mach hier ein bisschen. Töte das, töte dies. Sammeln was ein. Aber hier anscheinend nicht. Hier kommen gar keine Gegner. Doch, da kam gerade einer. Ich hab' ich nicht gesehen gehabt. Da hinten. Wenn dein Gegner kommt, dann könnt ihr die mit F passieren. Ja. Geld, Geld, Geld. Ah, nee, ist ein Leben. Noch eine Minute. Ja, bei mir noch eine Minute 15. Ja, ja. Äh, 45. Ja, ist es auch. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, ich hab' ich's gesagt. Klopp' ich mal hier auf den Boden. Was ist denn? Ich guck mal hier im Tier. Macht jeder mal schön weiter. Irgendwie nach einem Missionstagebuch oder so. Taschenlampe, soziales Interface. Von oben. Anforderungen. Von oben kommen sie. Benachrichtigungen. Amaturenbrett. So, da spielt's grad abgestützt, aber es geht natürlich noch weiter. Äh, bei mir ist es abgestürzt. So. Und ich muss es auch ausmachen. Gut, dann machen wir das hier noch ganz kurz. Ich hab' nämlich hier was gefunden. Geil! Was denn? Wow. Schau, wo hat er das hier? Nein, nein, nein. Er hat so'n Motorrad. Motorrad. Yeah! Das haben wir bestimmt auch. Musst mal bei vier durchscrollen. Run, 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 run. Ja, ich will das jetzt aber nicht verballern. Weiß nicht, ich hab' das nochmal ausprobiert. Ich dachte eigentlich, das war diese dynamische Mission, aber... Naja, ist ja auch geil. Nein. Das macht's Spaß. Gut. Dann war's das erstmal für heute. Ich weiß, das war ein bisschen komisch. Wir müssen erstmal durch dieses System durchsteigen, aber wir kriegen das hin. Und dann geht's nächstes Mal weiter. Dann bis dann. Dann bis dann. Ja, jetzt ist das mal.